Darwins... Darwis Artefakte, eins von drei. Wo wir mal lang? Da ist noch ein Händler. Und würde noch gern mitnehmen. Sieres... Moment. Hey, deshalb mitnehmen. Willkommen, willkommen. Was hast du da? Vieles ist frisch reingekommen. Warum haben die alle keine Zahnräder mehr? Man sollte nie ohne aus dem Haus gehen. Oh. Moment. Elf. Fugzehn, Gott. Wenigstens mal zwanzig. Boah, zwölf Stück haben wir. 150, geil. Nice, zwölfhundert. Sonst nichts? Boah, so ich bin'sfrieden. Das Bauteil hätte ich kauft selber Schuld. Was hast denn du Angst? Was für ein Leben, hm? Wir dürfen bezaubern. Und wenn wir die gemacht haben, dann können wir die Scherben sammeln, oder? Auf die hätte ich sie jetzt eh schon ganze Weile abgesehen. Doch, das ist unser Bude. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ah ja, sie wollte vorher abziehen. Wie? Es tut mir so leid wie dir. Ich habe dir so viel zu erzählen. Und ich dir. Wir werden einander eine Audienz gewähren. Doch zuerst muss ich etwas wissen. Ja. Warum bist du wie ein Bauer gekleidet? Vielleicht habe ich dir weniger zu erzählen, als ich dachte. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie die Zeit ohne mich für dich war. Und du? Du lebst doch hoffentlich nicht hier, oder? Weniger leben. Mehr arbeiten. Woran? Woher kenne ich das? Du hast es gesehen. Auf diesem Ding aus dem Winterpalast. Ich habe versucht, mich an alle Besonderheiten zu erinnern. Du hast dich die ganze Zeit mit diesem Zeichen beschäftigt? Warum? Weil auch ich es schon einmal sah. Ich weiß nicht mehr, wo oder wann. Nur, dass ich es kenne. Was es auch sein mag, es ruft nach mir. Ich habe vor, sein Geheimnis zu lüften. Und du solltest das auch. Habe ich vor. Ja, aber natürlich ruft die Pflicht. Hör schon auf. Ich werde es im Kopf behalten. Wenn du dann mehr Zeit außerhalb dieser muffigen Mauern verbringst als dahinter. Du sorgst dich wirklich um jeden, oder Basim? Wir sehen uns dann. Der Orden der Ältesten ist noch längst nicht besiegt. Meisterin Roshan brütet sicherlich schon einen Plan aus, um sie auszulassen. Und vielleicht sollte ich mich etwas genauer mit Nihals Besessenheit beschäftigen. Da ist was. Wie es scheint versucht, Nihal herauszufinden, wo sich eine geheime Kammer befindet. Ist das das, was ich glaube zu meinen? Ich hoffe doch. Diese Person sieht verdächtig aus. Das sehe ich mir mal an. Oh, gut. Oh, ho, 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 ho. Ih, geht's, meine, Na 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 Wala Ich glaube, ele sandtionen Oh ja, im Gebüsch! Oh yeah! Hast du noch was? Nein! Du hast nichts gesehen, oder? Das ist gesünder für dich! Scherben! Wir brauchen noch neun! Rätselhafte Scherben. Eins von zwei. Ja, dann geh ich wieder rein. Ich hab gesagt, geh wieder rein. Lass deinen Blick schweifen! Was ist das da hinten? Oh, das ist weit weg! Bist du? Alamba! Wie weit können wir wegfliegen? Aber sonst ist eigentlich nichts Guldenes da, ne? Was ist das? Einmal außenrum, bitte! Dankeschön! Wie? Da geht ned? Oh, wie geht das? Oh, wie geht das? Oh, Trampeldu bin so laut! Frech! Du Flegel, du! Alter! Das Teil rennt nimmer! Ich glaube, ist kaputt! Das quietscht zu komisch! Zeige mir alles! Ok! Ist nimmer weit weg! Ich glaube, irgendwann so, als würde man einen Stall verschwimmen oder einen Tisch! Hört sich nicht gesunder! Nein, das ist nicht Ruhe! Ach komm! Ah! In diesem Bereich werden Reparaturen durchgeführt und er könnte jeden Moment einstürzen! Das Gerüst ist nur ein Behelfsmaßnahme und sollte nicht für einen Anzeichen von Stabilität oder geeignete Abstützung gehalten werden! Bitte beachtet diese Warnung, denn wir lehnen jede Verantwortung für Verletzungen, die durch Unbefugtes betreten, entstehen ab! Und wo ist jetzt nicht stabil? Der Lappen? Komm, da kannst du ihn durchdrücken! Oh! 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 Entweder mal da durchschmeißen! Kann ich da den Baum hochklettern? Nein… Ein Bämpchen will ich doch nicht-itingh?! Kann ich da auf den Pasten? Oh! Oh! Nein. Was ist denn? Fudern? Geht sogar relativ gut. Schön 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 es gibt ne nächste Truhe. Verbesserungsplan Dolch der Verborgenen. Das ist jene was wir gerade davon gefunden haben. Gar nichts desto trotz. Da gibts doch noch ne Scherbe. Was hat er denn? Unser Adler Volke ist Sederer. Nicht auch Finner. Nö. What the fuck is du? Ach. Das ist Bagdad. Naja anscheinend gibt's da nix. Wenn der Adler so weit sekt. Gehen wir mal in die Mühle. Da ist mehr los. Da sind reichende Leute. Da sollte es was für uns geben oder? Wir brauchen insgesamt 10 Stück. Ich brauche deine Hilfe Sadiki. Ey der findet ja nicht. Okay. Okay. Moin die Datte sing. Oh. Oh. Oh, okay. Oh. 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 Oh.